Ja und damit nach einer etwas, ja doch schon ein bisschen längeren Pause ein herzliches Willkommen zurück hier zu Tomb Raider 3. Wir sind wieder da, die Prüfungen sind rum, wir können endlich wieder aufnehmen. Jawohl, warum schaue ich eigentlich in die Kamera, die ist ja nicht mal an. Hallo, hey Zeitix. Hallo, wie geht's, wie geht's, wie geht's? Ich habe dich lange nicht gehört, du warst jetzt in einer Prüfungsphase. Echt? Wie war es so? Es war gut, es war viel zu lernen. Die letzten acht Monate habe ich dich ja nicht gehört. Es war wirklich insane viel, also ich habe, sage mal so viel, ich habe ausgedruckt, 300 Blätter doppelt gedruckt, also quasi 600 Seiten im Endeffekt zu lernen, das war schon, das war eine der Prüfungen. Du willst gerade damit sagen, du hast einen ganzen Baum platt gemacht? Auf jeden Fall, ja. Hast du auch einen neuen Baum wieder eingepflanzt? Es war tatsächlich einer der Stapel, das war jetzt nicht unbedingt mit Rücksicht deswegen oder so, aber es war durch Zufall ein Bio-Papierstapel, so ohne dieses Bleichen oder so, aus recyceltem Papier, das war so ein bisschen, nicht so weiß, sondern eher so, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, so papierig. Und ja. Interessant. Jetzt ist es geschafft. Wo sind wir denn gerade? Und jetzt wird wieder entspannt. Deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zubeisein. Und ciao, ciao. Wir waren jetzt hier das letzte Mal bei dem Kollegen mit seinem halben Taxi. Ja. Sein Thron hier. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Er steht hier noch Wache. Muss erstmal wieder reinkommen, wir haben alles verlernt. Wie heißt denn das Level? Das hast du doch gerade gesehen, Zeitix. Hab ich das gesehen? Lutzgate. Hast du ein Backup-Safe gemacht? Das habe ich. Wenn du dich ja dran erinnerst von vor zwei Wochen, das haben wir getan. Acht Monate. Achso, ja, ja, ja. Acht Monate. Ja, von hier oben sind wir ja runtergefallen, oder? Das war ja das Ende des Levels vorher. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal hier lang. Er leitet uns. Er leuchtet den Weg. Hm. Er ist friendly. Und er lockt dich in eine Falle. Interessant. Ich habe Angst. Angst. Das schaut ungesund aus. Ich will das nicht. Das sind Kumpels. Bis jetzt sind das noch Kumpels. Du darfst erst auf sie schießen, wenn sie auf dich schießen. Erinnere dich an Black Hawk Down. Wenn es zischt, ist es nah dran, aber wenn es pfeift, dann jetzt schießen sie auf uns. Erinnerst du dich? Du hast den wahrscheinlich nicht... Wo geht er hin? Ist er fertig? Ich glaube, er geht wieder heim. Er hat seinen Job gemacht. Mein, ähm... Mein Secret-Näschen juckt, muss ich sagen. Okay. Jetzt juckt es nicht mehr. Das ist... Jetzt fängt es wieder an zu... Nein, das... Oh, jetzt kribbelt es nur. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Es wird immer weniger. Weißt du, stell dich mal kurz in die Mitte. Als Gandalf mit den Hobbits und den Gefährten in Moria war, da kam er zu einer Stelle, wo es drei Wege gab. Und sie haben sich da sehr, sehr lange... Und sie haben sich da sehr, sehr lange aufgehalten, weil Gandalf sich nicht mehr erinnern konnte, welchen Weg er nehmen musste. In den Büchern... Hallo. Ich erzähl dir gerade eine Geschichte. Ja, ja, rede. Du brichst für mich mit deinen Aktivitäten. Und auf jeden Fall... Ähm... Gandalf konnte sich nicht erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie es in den Büchern war. Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das erste Buch... Fuck einfach. Wie wär's, wenn du dich einfach mal... So, und auf jeden Fall, im Film sagt er, im Zweifelsfall immer der Nase lang. Und links riecht sehr, sehr gut. Ich würd mal nach links gehen. Aber es ist jetzt auch nur so eine Vermutung. Weil mein Secret... Also, wenn du das jetzt meinst, dann... Ich... Also, ich würd nach links gehen. Du kannst machen, was du willst, aber ich würd nach links gehen. Ja. Es gibt übrigens ein Secret, was du kaputt machen kannst. Da würd ich aufpassen. Just saying. Hier... Schon verkackt. Dein Spaß, alles gut. Achso, es kommt übrigens gerade etwas von oben. Das solltest du vielleicht vermeiden. Das... Warte mal. Oh, nee, du bist tot. Brrrrt. Äh... Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hab mal den Spielsaunt ein kleines bisschen lauter gemacht. Also, du wirst da keinen Unterschied merken. Das ist nur für... Also ich soll nichts hören, aber... Nein, du greifst ja direkt in Discord das Audio ab, das ich vom Spiel her krieg. Bei mir ist es ja vom... Ja? Ja. Nachzeitiges. Würdest du sagen, dass du Knoppers besser findest als Toffeefinger? Der Knoppersriegel ist schon sehr geil. Wow, du bist wieder tot. Ja, du bist ziemlich tot. Der Knoppersriegel ist tatsächlich ziemlich geil. Ich finde... Ich muss sagen, ich finde die normalen Knoppers geiler als die Riegel. Wenn du hier bist... Ich habe eine Schublade voll mit Knoppersriegeln. Also wirklich so drei Pakete oder so. Aber die sind mit Kokos, deswegen feiere ich die nicht so hart. Wenn du sagst, du magst Kokos, du kannst die gerne alle haben. Okay. In Mexiko wurde ein Schneemann gebaut. Die Polizei schätzt den Wert auf 24 Millionen Euro. Was redest du? Okay. Ich bin mir sicher, die Zuschauer, die werden ihn verstehen. Wir sind auch... Ein bisschen weiter als du, Zornix. Die Pause hat ihm gut getan. Ja. Weißt du, das Ding ist, hättest du jetzt Kolumbien gesagt, hätte ich gesagt, okay, Kokain und... Mexiko ist die Hauptstadt, was sowas angeht in Produktion. Kolumbien ist eher so die Hauptstadt für Kartell. Ich meine, in Mexiko gibt es auch Kartelle, klar. Aber zum Umschlagen. Würdest du bitte nochmal umdrehen und den Schalter betätigen? Ja. Äh, nö. Jetzt gehst du einfach und dann suchst dein Secret. Aber ich würde vorsichtig sein. Dann vielleicht speicherst du da einfach nochmal, wo du jetzt gerade stehst. Wie einfach die Musik wechselt. Hm. Weil jetzt kommt der Secret Part. Vielleicht speicherst du da einfach nochmal, wo du gerade stehst. Oh, das ist schon wieder alles so weitläufig. Aber wir sind ja jetzt befreundet mit den Kollegen hier. Also eigentlich haben wir jetzt ja keine Gegner mehr zu erwarten. Da hat er gesagt, wir sind keine Freunde. Ich erinnere mich nicht mehr so hundertprozentig. Wie gesagt, das ist schon wieder ein bisschen her. Wir brauchen jetzt auch wieder Momente, um reinzukommen. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist Staffeldraht und du bist tot. Weil du einfach durchrennst. Ja, ich hätte nichts machen. Doch, ich hätte was machen können. Hey, du kannst doch gehen. Ja. Du riechst auch wie ein Schimpanse. So nach einer frischen Dusche mit Fischöl. Ich rieche wunderbar. Ja, und zwar... Das ist deutlich stark. Nach? Wonach? Nach deinem Rotzpa-Film, von dem du den Namen vergessen hast, so Lappen. Savage von Dior. Keine Werbung. Ach, leck mich doch. Interessant. Aber du weißt schon, wo du gerade hinkriegst hast. Nein, wieso? Sollte ich das wissen? Naja, du suchst ja dein Secret. Nee. Hör mir noch. Was ist? Gut, komm, dann lass mal was. Hm. Willst du jetzt deinen Kindern? Fick dich. Wenn du noch einmal sagst, dass du Kinder hast, ist das die letzte Aufnahme. Ich schwör's dir. Ach ja, der liebe Zeit-Tex, der hat ja heute auch wieder was abgezogen. Er hat mich. Also er hat gesagt, in 30 Minuten ist er wieder da. Hat er mich zwei Stunden warten lassen, zweieinhalb Stunden. Dann hat er mir geschrieben, yo, Bro, allerbestester Freund, ich bin gleich da. Aber eine Stunde später, ein bisschen mehr sogar noch, war er dann da. Er hat mich ja den ganzen Nachmittag versaut. Weißt du, aber dafür habe ich mein Esszimmer. Ich renoviere gerade, das muss man doch mal sagen. Ich renoviere gerade mein ganzes Haus. Nicht ein Zimmer, mein ganzes Haus. Und ich habe das Esszimmer zu 80% jetzt fertiggestellt. Also gönn mir das doch mal. Ich raff nicht ganz, wo ich hier hin soll. Oh mein Gott. Zu deinem Secret, du Trottel. Du bist jetzt ganz vorsichtig. Du hast jetzt Sendepause. Das ist jetzt hier sonst... Sonst hole ich die Zäpfchen wieder raus. Jetzt hast du es geschafft. Du kannst du auch in dein Loch stecken, was auch immer dir beliebt. Jetzt, hallo. Hallo. Guck mal, Medipack und Flares. Worauf ich auch hingewiesen wurde in den Kommentaren. Ja. Ich habe dich gefragt und du hast dann keine Antwort gegeben. Deswegen sollte ich da noch ein bisschen nachforschen. Bezüglich deiner Hämorrhoiden. Über die Frage, bist du einfach hinweggegangen? Wer wollte das genau wissen? Wer möchte das wissen? Okay, hier geht es nach oben. Also ich habe da schon auch eine Wissensbegier. Ja, ja. Deine Wissensbegier ist mir tatsächlich völlig egal. Wer wollte das wissen? Ich weiß es nicht. Fuck you? Also mit Liebe, aber fuck you trotzdem. Nein, alles gut. Ich gucke mir mal eben Secret 2 an. Bevor wir hier jetzt noch, ne? Weißt schon? Oh, als ob. Was denn? Ja, ja, warte mal. Renn mal noch nicht so weiter. Ach nein, spring doch nicht wieder runter. Ach so, stimmt. Ich, ich, ähm. Hilfe. Aber ich muss schon sagen, da hat er mich heute schon so ein bisschen geschwägert, der liebe Zweitex. So, ich hätte das zweite Stichwort. Jetzt, erst entspann dich mal kurz. Ähm, du musst mal nach links springen, da an die Kante und dich da festhalten. Ja, wenn sie mir es nicht so in die Augen drücken würde. Ups. Was? Entschuldigung, ich, äh, ich war ja kurz abgeregt. Jetzt. Da haben meine primitiven Instinkte wieder reingekickt. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Ich verstehe. Warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. Speicher da, wo du stehst. Und suchst dein Secret 2. Von hier aus. Ja. Von da aus. Ah, da, 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 wo willst du hin? Stopp. Geh wieder zurück. Wow. Impressive. Das machst du aber voll häufig, ne, dass du einfach random irgendwo eine Kante runterspringst, obwohl du weißt, dass du da stirbst. Ich... Ja, bitte. Bitte, bitte rede. Nein. Sprich. Nein. Sprich, du Fischaugengorilla. Du. Hämorridenverseuchtes. Warzenschwein. Richtig gut. Der nächste Nierenstein, den du auspisst, der soll nach mir benannt werden. Ich hoffe, der drückt richtig. Was ist denn los? Hat das schon an Ihrem Schreiner? Nein. Martin, nein, 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 nicht dahin, nicht dahin. Da kommen wir doch eh quasi her, oder nicht? Ist mir doch scheißegal. Ich will ja auch nur herkommen. Nein. Oh, jetzt hab ich mir den Kopf angehauen. Das passiert. Oh, was tut sie? Ja. Kommen wir daher, oder nicht? Ich guck mich jetzt um, warte. Ist mir doch scheißegal. Du sollst in den Secret gehen. Ja, das ist der Raum, wo wir vorher waren. Das ist quasi der Mittlerer Weg. Ja, das ist der Raum. Das weiß, er hat da gesehen. Er weiß es. Alles gut. Der liebe Zeitix ist nicht studiert. Der kann sowas nicht. Alles gut. Aha. Du hast dein Studium auch noch nicht fertig, wenn man ehrlich ist. Actually bist du dann genauso dumm wie ich. Aber weißt du? Aber weißt du? Bildung. Bildung und Intelligenz, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Muss ich zustimmen. Du kannst extrem gebildet sein, aber du bist halt trotzdem dumm, weil du einfach nur wiedergibst, was du in deinem Studium gelernt hast. Toll. Aber eigenständiges Denken ist schon eine Kunst. Würdest du mal noch einen Meter nach links gehen oder zwei? Danke, ich mag diese Seitenansicht von ihrer Schokoladenseite. Jetzt ist sie weg. Du musst gleich auf jeden Fall einen Backjump machen. Also du musst gleich mal auf eine andere Wand weißt du schon. Ich weiß nicht, ob du schon in deinem Secret vorbei bist. Du musst nicht nach oben. Du musst nicht nach oben. Vielleicht kann er oben mal gucken. Aber oben ist Fui. Er ist so anstrengend. Was siehst du denn? Du siehst nichts. Ich sehe sehr viel. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Aber bitte sehen sie selbst. So, siehst du, da unten ist die Kante. Aber erst wieder rumheulen. Was für rumheulen. Es geht schon. Alter, was machst du denn für Fischbewegungen? Jetzt hör mal. Jetzt geh mal nicht zu weit. Hallo, hallo. Entspann dich. Wow, du bist tot. Ich glaube, das war es nicht. Du bist tot. Du hast mich gehetzt. Du hast gesagt, geh nicht zu weit. Da unten wäre es aber gewesen. Nein, wäre es nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Höhe das ist. Ist mir auch scheißegal. Was? Das ist Oxidivonistin-Säure. Nein, das Ding ist, das Ding ist, ich, Wart. Ich habe da durchgeskippt, damit ich nicht so viel Spoiler, weißt du? Da sollst du nicht hin. Da ist Fui. Komm, schluss. Ich scheiß auf deinen Midpack. Challenge time, du nimmst mal keine Midpacks mehr auf. Gar nicht mehr im Spiel. Dann ist diese Freundschaft ganz, ganz schnell werden jetzt. Wieso? Alter. Schau dir mal vor, du springst hier irgendwo drüber, stirbst, fängst nochmal von vorne an, kommst an den Punkt weiter, fünf Meter später, stirbst du. Warum hältst du dich nicht fest? Sie ist da. Mit ihrer Hüfte hat sie sich an dieser Wand gerieben, wie so ein notgeiler Delfin, aber es bringt ihr trotzdem nichts. Hast du schon mal einen notgeilen Delfin gesehen? Nein. Du? Ich auch? Nein. Aber ich kann es mir, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es nicht mehr. Ich bin doch hier rückwärts gesprungen wegen dem Madpack. Wo war denn das? Oh no. Das war eins höher, hier, ne? Oh Gott. Jetzt Heidex hat heute Nachmittag, als er da so lange weg war, auch wieder in seinem Haus renoviert, seine Küche gestrichen, sobald ich das verstanden habe, Tisch aufgebaut. Ich habe nicht meine, erst mal den Tisch habe ich nicht aufgebaut. Speicher doch mal, wo du stehst, dann musst du dein Madpack jetzt noch 20 mal einsammeln. Das ist eigentlich alles ganz schön. Ich habe meine Küche nicht gestrichen. Erst mal das, was du gesehen hast, war mein Esszimmer und nicht meine Küche, du Vogel. Aber weil er mich jetzt so lange sitzen hat, das habe ich ihn erst mal schön getriggert und gesagt quasi, dass es nicht so schön ist. Weißt du, das Ding ist, es ist mega schön geworden. Es ist mir auch egal, was du sagst und was du davon hältst. Es juckt mich nicht. Meine Meinung ist der erste Weg. Ja, in dem Fall, ja. In dem Fall, ja, I don't care. Ich finde es schön. Da ist schön Deko. Wow, du bist tot. Das war mich schaulich. Ja, nee, aber es ist ein schönes Esszimmer geworden. Wenn du es nicht schön findest, dann fick dich. Was habe ich gesagt? Fuck you, nein, halt dein Maul. Halt dein Maul. Du hast irgendwas gesagt von wegen, das sieht aus wie bei so einer, bei so einem 60-jährigen Single, bist du komplett behindert im Kopf. 50-jähriger Single, der aussagen will, er ist bereit, sich niederzulassen, eine Familie zu gründen. Ach, ey, weißt du, ohne Scheiß. Weißt du, nein, 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 weißt du, ich lade einfach lieber irgendeinen Zuschauer zu mir ein. Ich lade lieber irgendeinen Zuschauer zu mir ein, anstatt dich. Nee. Okay. Jetzt hast du es, nee, jetzt hast du es aber auch echt versteht. Jetzt ist so ein Punkt erreicht. Da wäre es gewesen. Nee. Wie soll man denn da unten reinkommen? Nein, 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 da unten musst du rein. Da unten ist das Secret, da oben ist irgendwas anderes. Hä? Ich, 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 was, ich weiß es nicht. Hä? Hä? Aber quasi die Raketen, die du gerade gesehen hast, das ist das Secret. Hast du heute schon was gegessen? Ja. Rollbraten. Geil. Rollbraten kann man sich tatsächlich geben. Boah, ich muss um 4 Uhr aufstellen. Ach so, wirst du gleich wieder ins Bett gehen? Verpiss dich. War heute Nacht auch so, nein, da wollten wir auch, du bist auch erst um mit, du bist auch erst mit Nacht aufgestanden, nein, fuck you, nein, es ist mir, nein, es interessiert mich nicht, nein, es juckt nur mal, 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 und dann haben wir ein bisschen gechillt, haben uns das angeguckt, die neue Serie, The Last of Us, und dann haben wir uns Last of Us Folge 1 angeguckt, und dann, die erste Folge, die war extrem geil, oder? Was meinst du? Die war wirklich mega geil, und dann haben wir so, ein bisschen noch gechillt, ein bisschen YouTube, und im Anschluss, und im Anschluss haben wir dann gesagt, ja komm, gleich nehmen wir ein bisschen Tomb Raider auf, und dann, legit, als wir fertig waren mit dem Video, ich war voll so, ja komm, mach mal jetzt, dann war er so, nee, komm, ich hab gerade mein Bett angeguckt, die Decke, ich leg mich jetzt noch mal kurz hin, so, ja, keine Ahnung, so, hm, vier, fünf, vielleicht sechs Stunden, dann so um, ich weiß es nicht mehr, wann war denn das? Ich glaube um 13, es war übrigens 3 Uhr morgens, 2 Uhr morgens so, dann so um 13 Uhr hab ich die Nachricht bekommen, joa, ich hab jetzt ein bisschen Winterschlaf gehalten, ja, das war geil, das war herrlich, ah, schön, aber, man muss dazu sagen, du hast genauso lange gepennt, also fickt, ich bin dann aus Ehre ins Bett gegangen, ich hätte auch ganz einfach was anderes machen können, du hast eh gesagt, dass du dann müde bist, und dann hast du dich pennen gelegt, hast doch dein Audio gefixt, und dies und das, weil du dich 20, 30 Minuten lang angehört hast, was legst du mir da in den Mund? der scheiß Roboter, und dies und das, ja, was legst du mir da in den Mund? jetzt werd ich sauer, wir machen bald ne Challenge, jedes Mal, wenn du in Tomb Raider stirbst, bist du so ein Gericht, aus dem, aus dem, aus dem Dschungelcamp, was da in den Mund ist, was da in den Mund ist, was da in den Mund ist, wenn du, eine Vogelspinne, mit angeblütetem Brutsack, und zwar Gans isst, das war keine Vogelspinne, ich weiß nicht, was das war, das war so ekelhaft, das sah tatsächlich aus, wie diese, diese Wanderspinne, weißt du, welche ich meine? bevor die immer warnen, diese, auf diesen scheiß Bananen rumhockt, kannst du dich, wenn du springst, kannst du dich drehen im Sprung? Ja, das brauch ich aber gar nicht, ich hab schon, nen Plan, ne, ne, so, ja, das ist alles ganz toll, dann speicher da mal, wo du jetzt stehst, aber du musst ja noch eins höher, tiefer, für die Raketen, oder tiefer, was weiß ich, kennst du dich so aus, beim Unterschied zwischen tief und hoch? Hast du eine Motivschwäche? Gibt's sowas? Es gibt irgendwie alles, wenn du mal drüber nachdenkst, was für, was für komische Menschen es gibt, ich hab, es gab mal ne Serie, das war legendär, es gab mal ne Serie, irgendwas mit Addiction, ich weiß es nicht mehr, ähm, die war aus, war die aus Amerika, oder war die aus England, ich weiß es tatsächlich, ich glaub aus Amerika, und da war zum Beispiel so ein Mädchen, Mädchen, die war auch schon 20, keine Ahnung, und, hä, wie soll man das denn machen? Ihre Sucht war es, Kieselsteine zu essen, und, ich mein, es kann auch sein, dass es fake war, aber, ich sag's dir, wie es ist, die ist dann zur Straße gegangen, hat sich da Kieselsteine genommen, und hat die dann gesnackt, und das hat die halt den ganzen Tag gemacht, schön das Mikrofon auch an der Fresse, weißt du, dass man schön dieses Crunchen hört, und sie sagt, sie steht da voll drauf, ihre Zähne komplett im Arsch, und, ne, halt so richtig fucked up, aber, sie hat sich da, Kieselsteine reingezogen, dann war da ne andere, die hat sich, die Seife gegessen, ja, genau, die hat sich immer so ne Blockseife geholt, hat die dann abgeschabt, und hat sich da reingezogen, wirklich, das, ey, komplett behinderte Leute, also jetzt, no hate so, aber wer sowas macht, der hat schon, richtig einen Schuss, du musst dich im Sprung drehen, danke, Sherlock, ja, just saying, kann ich ja nichts dafür, dass du unfähig bist, du hast dich nicht gedreht, weil, die Herrschaft, die Herrschaft, du hast dich nicht gedreht, wenn dich nicht gedreht, ich bin es nicht gedreht, du hast dich nicht gedreht,